Willkommen zurück zu Folge 5 von Watch Dogs und jetzt geht es eine Etage tiefer. Bad Boy 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Wer droht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Wort zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja. Also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Ja. Du hast es geklaut? Hm. Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Hm. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Mhm. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Das ist gut. Ui. Sechs Punkte. Was gibt's denn denn? Neues. Hackboost. Zusatzakku. Das sieht ganz praktisch aus. Hochbahn, ne. Dampfleitung. Wow. Okay. Okay. Das ist alles eigentlich ganz praktisch. Vier Punkte. Pistolen-Experte. Pyrotechniker. Hm. Pistolen-Experte. Fokus-Boost. Hm. Ich glaube erstmal was bei Hacken. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Mal. Achso erstmal als Pistolen-Experte notwendig, um dann die anderen freizuschalten. Machen wir das mal. Widerstand ist auch gut. Okay. Ein Bürogebäude. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude, da wo sie Lieferungen annehmen. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Anstreiten, anstarren, physischer Kontakt. Du hast nach Wissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wirst es wohl gerne, hm? Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Okay. Parken wir mal hier. Okay, muss ich da jetzt anscheinend wirklich von unten rein? Hmm? Okay. 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 So ein Sneak. Das ist nicht normal. Okay. Okay, leise ging es wohl anscheinend nicht. Ja, okay, scheiße, nicht gut. Oho. Scheiße, scheiße. Okay, weiter, weiter, weiter. Okay. 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 So, irgendwie die Tür aufkriegen. Okay. 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 ja dann kommt her so weg 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 scheiße ja 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 Oben sind die wahrscheinlich. Okay, der Gebiet ist anscheinend sauber. Das kann nicht sein. Oh nein, nein! Oh Gott, nein! Alles klar Leute, seid ihr bereit. Es geht um verdammte Gedankenkontrolle. Immerhin. Deshalb haben sie sozialen Psychologen angehört. Okay, es gibt keinen riesen Laser oder Satelliten. Okay, wir erstmal hier hacken. Okay. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Wir haben unsere Weberschagger mitgefeiert. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Wir müssen die Zwar sein. Ich krieg dich ja auch noch an. Ach so. Haben wir es. Hacken sie den Laptop. Na super. Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Kalis. Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Die Hightech-Scanner. Die Hightech-Scanner. Die Hightech-Scanner. Dann sch confronted. Die Hightech-Scanner. Abne sphere. Die Hightech-Scanner. Concentrier dich. Die Scheiße, Scheiße! Das kann nicht sein! Mit Jam.coms können Sie die Entdeckung durch CTOS-Scans kürzlich unterbrechen, Gegner oder Zeugen darin in einer Versteckung oder die Polizei zu rufen. Stellen Sie Jam.coms im Waffenrad her und drücken Sie RB, um es einzusetzen. Okay. 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 Was mache ich? Ah, nein. Scheiße. Ich muss mal zusehen, dass wir hier wegkommen. Boah, was? Okay, der graue Rand, das können wir schaffen. Ah. Geschafft. So, mein Nerven auch fremd. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katze und Morspiel nervt. Ich hab deine Mors. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaub, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Nein, ich kann nicht. Ja, ich kann auch nicht. Meinst du nicht, dass du dran bist? Wieso? Seit zwei Monaten hole ich sie jeden Abend ab. Ich, ich sorge dafür, dass sie anständig ist und sich ordentlich anzieht. Ach, Familienstreit. Sehr schön. So ein bisschen weit weg. Ich würde sagen, das machen wir noch. Oh, oh. Ach, listen." Ach謝謝, master. hurts Thanks LISA Mann, das war ein teures Manöver. Warst du nicht auf der Beerdigung? Was sollte ich da? Der Alter hat nie was für mich getan. Aber er war dein Vater. Ja, und ich war sein Sohn. Das hat für ihn auch keinen Unterschied gemacht. Was erwartest du jetzt von mir? Da aufkreuzen und so tun, als wäre ich traurig eine Chance für die Verwandten abziehen? Nein, danke. Am besten, ich vergesse ihn ganz einfach. Bei uns ist Bürgermeister Rushmore für ein Exklusivgespräch. Ups. Danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Ja, lass mich doch vor Barrieren. Sieht anders aus, seit ich das letzte Mal hier war. Nun, es war ein langer Wahlkampf. In der Tat, das war er. Ja. Reden wir darüber. Ihre letzte Amtszeit vor der Wahl war turbulent. Gerüchte über eine Außerehelich-Affäre und der Stadtrat beschuldigte Sie verschieden. Was zum Teufel? Ist das aber schon vorbei? Danke für den Tipp. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut. Ich schlucke ihn wieder. Okay. Was gibt es denn hier unten? Kann man die Handschuh-Fächer plündern? Ach, auch das noch. Ja gut, dann mal wieder nach oben. Okay, wir müssen also irgendwie da hoch. Zack, zack. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTO-S-Kästen. Ja, ich würde ihn ja gerne aktivieren, aber... Ja, ich würde ihn ja gerne aktivieren, aber... Ich glaube, ich würde ihn ja gerne aktivieren. Und zwar, ich würde ihn ja gerne aktivieren. Ich würde ihm ja gerne aktivieren. Ich würde mich wohl nicht darauf achten, hilft, es geht nicht darauf. Ich würde mich wohl nicht darauf achten, Ich habe gerade keinen Plan. Was gibt es hier denn? Nicht verfügbar. Okay, hier gibt es noch die elektronischen Teile. Da hinten ist doch was. Wie komme ich da hoch? Hm. Puh, da sehe ich hier was. Okay. Da, guck. Das ist noch die andere Seite in Regeln. Geht da hinten ganz rum. Da muss man wohl um die Ecke. Das geht doch. Okay. 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 So, das ist eine Runde. Was zur Hölle ist das? Bellwether Untersuchen sie das Apartment Okay Wo ist denn hier ein Telefon? Ach da Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast Wir müssen reden Und du solltest dich beeilen Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst Das ist nichts, was ich für uns geplant hatte Aber wir werden gleich gestört Komm zu mir Ich suche einen schönen Ort Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontaktzeit Dem erlob Wisst ihr, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen Lasst alles stehen und liegen und erledigt das Ja, kommt nur Sprecher Ja Es ist noch einer Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, einer ist da hinten noch Zwei Na gut, Damien Reden wir Ja gut, zurückverfolgen werden wir das Ganze in der nächsten Folge Bis dahin Bis dahin